einen wunderschönen da bin ich auch schon wieder euer udin und ich begrüße euch zu einem neuen angezockt wir wollen heute sherwood also gangs of sherwood wollen wir heute mal anzocken ich bin mal gespannt ich habe es nur eh mal kurz bis zu dem video hier gestartet ich weiß aber noch nicht ob es deutsch ist weil ich noch keinen ton an hatte ich habe es nur angemacht um zu überprüfen ob es hdr hat oder nicht weil ich das ja vorher denn bevor ich aufnehme dann in den einstellungen einstellen muss das hdr aufgenommen wird oder nicht und es hat halt kein ich weiß noch gar nicht genau was uns erwartet ich habe nur ein paar bilder gesehen und die des hainein ich was schlisch toos zu der molde land die krusade hat mit der lionheart Oh, we should do that, genau. Oh, Richard! He who stole the Lionheart, met the sad end of its previous owners. Aren't we sick of the sheriff's tyranny? Don't you hate these fuck-up, you farmers? The skaggers thieves feasting in Nottingham, laughing at the famished and spitting on the governor's who built this very land. Our motherland! Was the motherland said? Motherland? But there is the fatherland. You are under arrest for propaganda against the sheriff of Nottingham. He's a little bit nervous. I'm a little bit nervous. The fatherland looks very shy. The fatherland looks a bit as a little bit as a man. But he's a little bit as a man. You might be a little bit as a man. I'm a little bit as a man. Online Modus kannst du mit bis zu drei Spielern zusammenspielen, bei der Missionsauswahl kannst du Missionen weiter in alle spielen, indem du den Film aktivierst. Im Offline Modus sind sämtliche Mehrspieler und Einzelspieler Funktionen deaktiviert, es wird keine Internetverwendung benötigt, wir machen erstmal Offline, wir wollen ja nicht mehr Spieler, wir wollen ja erstmal nur spielen, Einstellungen, Audio, Musik müssen wir auf jeden Fall, das kennen wir ja schon, ich mach mal auf 55 runter, ist jetzt nicht mehr so laut, ich hörte auch nur ganz dezent, erhöhten wir mal 60, Koffer gibt nicht wieder Content-ID, Sprache Deutsch, ja das haben wir auch dennoch nur die Bildschirmsprache, äh mit wirkende Spielen, ist aber leise, ich muss nochmal zurück, Einstellungen, Audio, Gesamtlautstärke, machen wir mal höher, hier machen wir doch 50 rein, Stimmen, machen wir 90, machen wir 85 und Effekte, machen wir auf 90, Stimmen auf 100, die wollen wir ja verstehen, ach ne, wir machen 90, ich hab ja da oben 100, so, Schwingt die Stimmen trotzdem noch ziemlich leise, wenn er hier sagt, Robin of Loxley, ich mach mal jetzt auf 100 Prozent, finde ich trotzdem sehr leise, muss ich sagen, die Musik ist immer noch laut, also lauter als die Stimmen, die Musik auf, 25, Robin of Loxley, Robin of Loxley, Robin of Loxley, Ich habe 100% schon von meinen Kopfhörern. Noch mal raus, noch mal rein. Okay. Mal gucken, ob es weiter dann auch mal so ist. Wenn denn so, wollen wir schon Robin sein, wa? Aha. Oben. Leuchtweil. Wenn einer von euch das hat, dann können wir das auch mal online ausprobieren. Können wir mal zusammenspielen, im Stream. Das sieht auch wieder so gezeichnet aus. So, jetzt ein bisschen Sci-Fi-Elementen sieht er, der Wagen schwebt. Kann man noch überspringen? Ja, okay. Springen. Und der Bogen sieht so Sci-Fi-mäßig aus. Er ist richtig. So sieht die Grafik schon aus, wie ich es gesehen habe. Ich fand den Stil, fand ich halt cool. Ihr seht ja auch, dass die Augen so leuchten und so. Bestimmte Sachen leuchten. Oh, ist ein bisschen weich. Grafik, Steuerung, Empfindlichkeit, die muss runter. Chiller, fangen Sie mal an, Empfindlichkeit. Gucken wir mal, ob es jetzt ein bisschen besser... Ja, ja, ja. Das war mir ein bisschen zu weich, wir sind zu schnell. Erreiche das Hauptquartier. Ha, ich liebe das Sound. Falsch. Muss ich irgendwo anders da bieten? Hier geht es doch gar nicht hoch. Ich muss hier lang. eben wollte er nicht rüber obwohl ich dran aber ich habe alles volle pulle jetzt verstehe ich auch die stimmen so ein bisschen ist immer noch so weich also ich muss gar nicht so genau machen der macht automatisch steuerung empfindlichkeit 15 ich bin Geht jetzt hier noch wo weiter? Ah, hier rum. Der Stil von der Anzeige oben, wo steht, dass ich Level 1 bin und so, aber mein Rang und die Lebensanzeige finde ich auch ganz cool. Mit dem Metall und den Pfeilen so. Hat was. Steuerung, vielleicht müsste ich das andere doch noch mal ein bisschen lockerer machen. Die falsche Taste? Also Luftsprung. Oh, der konnte doch vorhin auch... Ach, R2 wartet. Schrauben. Ach so, das ist jetzt wohl unsere Basis. Ich finde, ich finde... Ich finde, ich finde... Ja, das ist nicht mein Stil. Aber was ist das? Mal schauen. Mal schauen. Und wie gesagt, ich finde den Style mit dem Cyberpunk ähnlichen finde ich schon ganz cool. Aber hier ist jetzt... Warte mal, ich sag hier... Äh, trainieren... Ich denke mal, wir können jetzt hier noch nicht alles machen. Das wird dann alles nach und nach freischalten, dass wir die Basis dann ausbauen können. Ja, seht ihr, hier ist es mir auch zu. So. 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 Akt 1. Mission 1. Schwierigkeitsgrad. Leicht. Mittel. Büros. Spielbar. Versuchen wir es erstmal vielleicht. Hm. Da unten startet die Mission. Okay. Hier wird dann irgendwo was... Ah, gleich ist der Händler. Die obligatorische... Oh. Blinderler. Schönes Outfit. Oh. Mit dem Bogen. Das sieht ganz cool aus. Oh. Oh. Ja, der sieht ganz cool aus. Ist einfach noch abgeschlossen. Also hierfür müssen wir Missionen abschließen. Hier steht jetzt noch nix da. Wie können wir dann die Waffe wahrscheinlich auch verbessern? Hier ist keine. Okay. Na dann. Die Quatsch habe ich jetzt mal übersprungen. Okay. Das ist so hoch. Da kann man nicht runterspringen. Hm. Hm. Die Tavern ist geschlossen. Eliminate alle Survivoren. Ha! Looking für jemanden, lads? Classy! Das ist nicht nett. Bad Lider. Waffe. 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 Okay, geht's weiter. Ich sehe hier auch noch nicht, dass man hier irgendwas einsammelt. Doch, hier, warte, warte, warte. Gold können wir einsammeln. Wenn wir umschauen, ist es dann doch ein bisschen langsam, aber wir kämpfen eigentlich gar nicht mehr so schlecht. Ne, da können wir nicht durchbrechen, der kommt jetzt später, später Weg. Okay, haben wir jetzt die Möglichkeiten, dann nehmen wir da, nehmen wir da. Das ist mir immer noch zu weich. Love that sound. Classy! Die! Die! Classy! Okay, also so mit dem Bogen ist ja nicht mal so schlecht. Ich finde halt nur, dass wir anvisieren, ist immer noch teilweise zu weich. Das ist eine wirkliche Verkaufung. Das ist eine wirkliche Verkaufung. In dieser Zeit, da werden wir nicht mehr von einem Stadtteil mehr. Okay, also mir aufkauen, doch. Also der visiert automatisch an. Also wenn ich normal schieße, dann visiert der automatisch an. Aber wenn ich diesen Schuss mache, nicht. Es kann nicht sein. Das ist ein Imperial-Dropship. Ich habe gehört, dass diese Maschinen gegründet werden für den nächsten Krusten. Was für ihre Worte ist, wir werden sie in die Schmerzen zacken. Classy! Ich bin für das! Shining! Wo sollen wir jetzt hin? Ach, da oben hin. Wo sollen wir jetzt hin? was soll das kommt für der kiste nicht weil das ist nur mit bruder tack verwendbar so toll belfry square a sore reminder of the war wounded comrades from the battlefield were treated here what happened to them my friend friar caldo is responsible for the dispensary maybe he led them to safety Was ist das, was du hier so Sachen hast, wo du nicht rankommst? Da kommt nur Bruder Tuck ran. Da muss es dir auch Sachen geben, wo nur Rogan rankommt. Ha 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 ha! Rain! Shining! No one can outrun my arrows. Oh, hier ist es weiter. Taxes! Taxes! Open up! Pay your Jews to our benefactor, the Sheriff of- Oh. Guards! Get them! Bye, suckers! Tax collector! Let's steal back what he took! More money to the people! Arsi! Arsi! Ah, ich hab mir richtig die Arsi! 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 Sockstitcht together. How very princely. Hides the face. Not the smell. Guys, can we talk about this later? So, gucken wir mal, wir gehen mal hier unten lang. So, dann geht's da lang. Und hier. Okay, hier ist nichts. Da wären wir dann wahrscheinlich hoch langgekommen. Und da gehen wir jetzt aber mal links lang, eben so ein paar rechts hin. Aber wenn wir vom Plotag. Grab this before the sheriff does. Und da geht's. Sockstitcht. Lass mal mit dem brennen, also man kann nicht alles ausrüsten, also jetzt noch nicht, wir ein bisschen wettet. The pier is nearby. The river. We could ferry people out of here. Off you go. Bullseye. Bullseye. The water is already there. Ich sterbe doch, wenn ich hier runterfalle, oder? Ich schütze die Flöten mit jedem selben von diesen Rats! Du wirst nicht mehr so weit weg! Was ist das? Schuss! Oh, schüt! Schade, ich habe gedacht, ich kriege mehr Komuschen. Oh, das Schiff wird ab. Ich denke, wir müssen nicht hier lang. Wo ist denn der? Oh, da unten. Oh, da unten. Ich hoffe, das hilft. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Oh, hier. Oh, ein schönen Endgegenheit zu sehen. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, der ist der Aktiviert, ja, ein schönen lang, muss ich sagen. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Und gucken, wo man hin muss, ist halt immer doof. Gewonnen. Schaden, ja, ich hab so viel Schaden erlitten. Einmal B, fünfmal C, dreimal A, ich hätte vielleicht besser sein können. Ich hab mich da nur noch auf diese Dings konzentriert, dass ich halt die Combo vielleicht noch ein bisschen hochpusche. Jetzt mal gucken, ob wir klamottemäßig und was die kosten. Was kann ich für dich tun? Okay, also jetzt können wir für Geld kaufen. Wie viel habe ich? 7000. A1, A1, A2, dreimal und dann A2, okay. Einen Auftrag wollen wir jetzt noch nicht annehmen, sonst gucken wir mal, was will der? Haben wir immer noch nicht. Ich will dieses Outfit will ich haben. Definitiv will ich dieses Outfit haben. Das Deluxe, das sieht so geil aus. Das ist für Vorbesteller. Sieht auch nicht schlecht aus. Aber das Deluxe will ich haben. Müsste man nur gucken, wie man das dann auch freischalten kann. Das ist für mich. Das ist für mich. Das ist für mich. Ah, okay, dann hier was neu zum Üben. Dann würde ich das mal so lassen. Wir sind ja schon bei 40 Minuten. Also so an sich eine ganz coole Macht. Ich finde den Look so geil. So Steampunk-mäßig. So alt und neu und mit dem Leuchten und so. Das finde ich richtig cool gemacht. Das ist richtig geil gemacht. Ich muss aber sagen, so alleine ja, okay, ein bisschen statisch. Da würde mir da denke ich mal, macht das mehr Spaß, wenn man mit mehreren spielt. Und dann gleichzeitig eine Party ist und sich unterhalten kann. Vom Steuern her finde ich das jetzt, ich habe es jetzt zwar hart gemacht, aber wenn ich mit einem Pfeil mache, finde ich es immer noch zu weich. Ja, also da würde ich mir da würde ich mir wünschen, dass das vielleicht doch noch ein bisschen Zählerfassung, Empfindlichkeit mache ich jetzt mal auf 10 und das machen wir mal auf 35. Es geht schon, aber müsste man mal gucken, aber vielleicht manche, also wenn der weiter weg ist, also hier da muss wirklich ganz genau sein, also da würde ich mir noch ein bisschen was tiefer wünschen. Also noch die Empfindlichkeit noch ein bisschen weiter runtergeschraubt. Achso, da ist der andere, okay. Aber sonst eigentlich ein schönes Spielchen, muss ich mal sagen. Und wenn einer von euch das hat, sagt mir Bescheid, dann kann man das auch vielleicht mal im Stream machen. Das wird angezockt auch erst mal reichen. Der Koffer hat euch gefallen, wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären, Träumchen. Ich lade das natürlich so, wie ich es hier aufnehme, ungeschnitten hoch. Ich mache kein Intro, kein Outro davor. Ich nehme mit einer hohen Bitrate auf und nehme auch jetzt ohne HD auf, sonst wäre ja keine Kamera. Und so lade ich das für euch hoch. So könnt ihr dann natürlich aber auch nur sehen, wenn ihr auf dem entsprechenden Monitor oder Fernseher das guckt, der das auch wiedergeben kann. Wenn er auf 1080p Monitor das wiedergibt, dann steht die Auswahl natürlich 4K. Nicht zur Auswahl, ist ja logisch. So, aber nichtsdestotrotz bin ich jetzt erst mal weg. Bis zum nächsten Mal, haut da rein. Ahoi. Sagt euer Odin.